Hallo und Willkommen zu JacksWorld. Hallo, heute packe ich diese Weiße aus. Sie ist mein Caterpillar. Jetzt packe ich sie mal aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Ich habe ein Planierschild. Diese Teile kann man auch abbauen. Musik Es zieht hier Eisenwalze nicht ab. Musik Ich habe noch ein paar Zuge übersetzt vom Bruder. Das mache ich jetzt auch mal aus, dann sieht es gleich cooler aus. Musik Mit diesen zwei Bausteinen, das sieht das alles wie eine Echte aus. Musik Musik Mit dieser Mokkoa. Petapilla Diesel. Jetzt packe ich mal die Sette aus. Das steht ja schwer. Aber hin. Musik 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 Der Bauarbeiterin gleich in die Weile, der trägt gleich besser aus mit dem Fahrrad. Es ist besser, dass der Fahrradschutz was trägt. Jetzt muss ich die Hände ausziehen. Das ist also mein Schutzweste, super Werkzeuggürtel, die Werkzeug ist richtig genau vor dir oder mehr mit einem Schraubtier. Das sieht eigentlich schon ein richtiger Bausteller aus. Das ist ein Schraubtier. 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 Mit der Stelle. Mit Jack. Und hier seht ihr alles. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.